In diesem Video machen wir eine Theorieprüfung. Wir beginnen mit der Prüfung. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Ich verringere die Geschwindigkeit. Ja. Ich vermeide ruckartige Lenkbewegungen. Ja. Ich bremse in der Kurve stark ab. Falsch. Wann ist das Überholen verboten? Wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken. Ja. Wenn die Verkehrslage unklar ist. Ja. Wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können als der zu Überholende. Ja. Ja. Wir werden den Film starten. Ja. 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 Wenn Sie hier bremsen. Wenn Sie hier bremsen. Wegen des grünen Fahrzeugs. Ja. 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 Es führt häufig zu schweren Unfällen. Ein Fahren mit zu geringem Abstand. Ja. Eine unangepasste Geschwindigkeit. Ja. Eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs. Ja. Ja. In welcher Reihenfolge müssen die Fahrzeuge hier weiterfahren? Der Radfahrer, ich, der gelbe PKW. Ja. Der Radfahrer, der gelbe PKW, ich. Falsch. Ich, der Radfahrer, der gelbe PKW. Falsch. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Ich signalisiere der Person durch Betätigung der Lichthupe, dass ich warte. Falsch. Ich halte an und lasse die Person die Straße überqueren. Ja. Ich fahre mit ausreichendem Abstand links an der Person vorbei. Falsch. Wir werden den Film starten. Falsch. Falsch. Jetzt gehen wir zur Frage. Warum müssen Sie jetzt anhalten? Wegen der Radfahrerin. Ja. Wegen der Fußgänger. Falsch. Wegen des LKWs. Falsch. Falsch. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ich bin bremsbereit. Ja. Ich beobachte den Radfahrer aufmerksam. Ja. Ich weiche auf die linke Fahrbahnhälfte aus. Falsch. Was gilt in dieser Situation? Ich muss links blinken. Falsch. Ich muss das Motorrad zuerst fahren lassen. Ja. Das Motorrad muss warten. Falsch. Falsch. Wodurch kann die Fahrtüchtigkeit herabgesetzt werden? Durch bestimmte Medikamente. Ja. Durch Übermüdung. Ja. Durch Alkohol und andere berauschende Mittel. Ja. Welche Fahrzeuge dürfen in eine so gekennzeichnete Zone einfahren? Fahrzeuge, die von Anwohnern gefahren werden. Ja. Fahrräder. Ja. Elektro-Kleinstfahrzeuge. Ja. Ja. Der Radfahrer möchte geradeaus fahren. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Ich bleibe hinter dem Radfahrer. Ja. Ich überhole den Radfahrer. Falsch. Welches Verhalten ist richtig? Ich muss den Traktor abbiegen lassen. Ja. Der blaue LKW muss mich durchfahren lassen. Falsch. Ich muss den blauen LKW durchfahren lassen. Ja. Wann dürfen Sie nicht auf dem rechten Fahrstreifen parken? Wenn auf dem Fahrstreifen Schienen verlegt sind. Ja. Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein geeigneter Parkstreifen vorhanden ist. Ja. Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein ausreichend befestigter Seitenstreifen vorhanden ist. Ja. Wir werden den Film starten. Jetzt gehen wir zur Frage. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Ich wechsle jetzt auf den rechten Fahrstreifen. Falsch. Ich wechsle in etwa 200 Meter auf den rechten Fahrstreifen. Ja. Ich darf die auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Fahrzeuge überholen. Ja. Wir werden den Film starten. Jetzt gehen wir zur Frage. Warum dürfen Sie jetzt nicht abbiegen? Wegen des gelben PKWs. Ja. Wegen des roten Fahrzeugs. Falsch. Wegen des grünen PKWs. Falsch. Sie haben mit Ihrem Fahrzeug ein fremdes geparktes Fahrzeug beschädigt. Trotz angemessener Wartezeit ist der Geschädigte nicht erschienen. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ich muss den Unfall der Polizei melden. Ja. Ich muss meinen Namen und meine Anschrift einem unbeteiligten Zeugen mitteilen. Falsch. Ich muss meinen Namen und meine Anschrift am Unfallort hinterlassen. Ja. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf das Ende eines Spielplatzes. Falsch. Auf das Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs. Ja. Auf das Ende eines Fußgängerbereichs. Falsch. Worauf sollten Sie nach dem Starten Ihres Fahrzeugs achten? Ich sollte möglichst unverzüglich losfahren. Ja. Ich sollte möglichst mit niedriger Motordrezzahl fahren. Ja. Ich sollte möglichst den Motor im Stand warm laufen lassen. Falsch. Welche zulässige Höchstgeschwindigkeit gilt allgemein innerhalb geschlossener Ortschaften? 50 km pro Stunde. Womit müssen Sie hier rechnen? Mit einem verringerten Seitenabstand zum Gegenverkehr. Ja. Mit Blendung durch die tief stehende Sonne. Falsch. Mit Fußgängern auf der Fahrbahn. Ja. Warum ist ein häufiger Wechsel des Fahrstreifens nicht sinnvoll? Weil dadurch die Gefahr von Fahrfehlern zunehmen kann. Ja. Weil der Zeitgewinn dadurch in der Regel sehr gering ist. Ja. Weil dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden können. Ja. Sie fahren mit 100 km pro Stunde auf einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften. Vor Ihnen fährt ein Lkw mit 70 km pro Stunde. Wie weit müssen Sie bei Beginn eines Überholvorgangs von einer Straßenkuppe mindestens noch entfernt sein? 800 m Ja. 200 m Falsch. 400 m Falsch. 400 m Wir werden den Film starten. Jetzt gehen wir zur Frage. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ich überhole, nicht, da der Traktor nach links ausscheren wird. Ja. Ich überhole, vorsichtig, da der Traktor mich dazu auffordert. Falsch. Ich überhole, sofort, da der Überholweg dafür ausreicht. Falsch. Was ist bei der Einstellung von Kopfstützen im Fahrzeug zu beachten? Ja. Der Abstand zwischen Hinterkopf und Kopfstütze sollte möglichst gering sein. Ja. Die Oberkante der Kopfstütze sollte mit dem oberen Halswirbel abschließen. Falsch. Die höchste Stelle des Kopfes sollte mit der Oberkante der Kopfstütze etwa gleichauf sein. Ja. Wir werden den Film starten. Jetzt gehen wir zur Frage. Sie möchten am rechten Fahrbahnrand parken. Wie sollten Sie sich in dieser Situation verhalten? Ich verzichte auf den Parkplatz, obwohl ich Vorrang habe. Ja. Ich parke jetzt ein, weil ich Vorrang habe. Falsch. Wodurch entsteht vermeidbarer Lärm? Durch Hupen zur Begrüßung. Ja. Ja. Durch heftiges Zuschlagen von Türen. Ja. Durch Fahren mit einem Dachgepäckträger. Falsch. Durch eine technische Änderung an Ihrem Fahrzeug ist die Betriebserlaubnis erloschen. Mit welchen Folgen müssen Sie rechnen, wenn Sie das Fahrzeug dennoch auf öffentlichen Straßen benutzen? Mit dem Verlust meines Versicherungsschutzes. Ja. Mit einem Bußgeld. Ja. Mit einem Eintrag im Fahreignungsregister. Ja. Was kann aus einem zu späten Ausschalten der Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat, folgen? Eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit. Ja. Eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Ja. Ein zu dichtes Auffahren. Ja. Sie fahren bei Nebel auf der Autobahn. Ihre Sichtweite beträgt weniger als 50 Meter. Wie schnell dürfen Sie höchstens fahren? 50 Kilometern pro Stunde. Wir sind mit der Prüfung fertig. Wir beenden die Prüfung und überprüfen das Ergebnis. Wir haben die Prüfung ohne Fehler bestanden. Abonnieren Sie meinen Kanal.